Er fragt, wann er aus dem Spital kann. Nächste Woche, mein Junge. Ja, da bringe ich dich in ein Sanatorium nach Österreich. In ein Sanatorium? In Österreich? Ja, nur da ist er sicher. Hier kann ich ihm nicht helfen. Das ist hier, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich für ihn. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich mal ein Pobrachschau noch nicht? Ist es mir. Ist es mir. Oder mir? Ich weiß nicht. Mir ist... Mir ist... Mir ist... Mir ist... Untertitelung im Auftrag des NDR 2017 UNIDEN H буд Du Executive Dik-Tak.